Bowsers Fury Und ich habe auch eben schon gesehen Hier so eine Katze Aha, so kriege ich sie nach oben Sag mal Was soll denn das jetzt? Der kann über Luft laufen Der Drecksack Aha Jetzt verschwindet hier auch das Zeug Und damit kann ich auch theoretisch Auf diese Angröse da Okay Aha So, da oben war auch noch eins Da ist eins Ja gut Und So schwer wäre das jetzt nicht gewesen Aha, jetzt kann ich auch gleich da hin Sehr gut Weil jetzt hier das Zeug verschwunden ist Sehr gut Sehr gut, haben wir auch die Dann gehen wir mal hier rüber Und aktivieren das Okay Wie mache ich das am besten? Ich glaube ich sollte erstmal die Cheeps Cheeps hier töten, oder? Damit die mir schon mal nicht mehr in die Quere kommen Verdammt Boah, das Timing da ist echt knapp Yo, okay Übertreib halt Hallo Er taucht hier einfach direkt neben mir auf Ich habe mal was von Personal Space gehört Ach, come on Okay, so Darüber Jetzt darüber Ganz ehrlich Ich hätte Ich hätte Ja Hätte Wäre ich da irgendwie fünf Frames später angekommen gefühlt Hätte ich schon nicht mehr geschafft Okay Ich wollte Ich wollte die Pflanze aufheben Nicht töten Okay Okay, so viel dazu Ja Aber ich kriege direkt ein neues Item Das ist doch schon mal etwas Hallo, frisst du die? So, die drei da fehlen noch Ich wäre jetzt davon ausgegangen Die müssen alle gegessen werden Von der Pflanze Ey, Bowser fragt auch dezent ab, ne? Ich glaube der kommt jetzt gerade auch häufiger Mittlerweile als Als vorher Ach, da ist noch einer Okay Okay Ja gut Ja gut, so viel dazu Aber ich glaube der Tanuki ist da eigentlich ganz gut Ich habe Es ist halt schwierig tatsächlich Rennen gedrückt zu halten Und dabei Also springen loszulassen Aber gleichzeitig Rennen noch gedrückt zu halten Okay, jetzt habe ich es aber raus Da wäre ich jetzt fast gerade vorbeigesprungen Sehr gut Damit haben wir die Insel auch vollständig Okay Das heißt Uns fehlt noch Diese Insel hier Und würde ich sagen Machen wir da in der nächsten Folge weiter Also wenn ihr das nicht verpassen wollt Abonniere dieses Kanal Bis dann